es war mehr um alter kannst du mal die leiter hochgehen natürlich die leiter hochzugehen auch wo ist der tank ich hab nur 20 wieso sehe ich den nicht aber der down ist ich hole mir mal einen zweiter er wollte mich fahren in eurem operationsraum ist ein feindliches fahrzeug rück mit äußerster vorsicht weiter vor im nahkampf ist er ebenso wow da ist noch einer geh weg ich habe noch ein Doktor welcher recht ist alle schlechten alle schlechten ich bin der Rest gut müssen wir noch 392 Kills machen oder das auch jetzt nehmen zu und wieso dumme Viper ich nehme es anti-air weißt du das ich weiß es ich will diese dumme Viper runterholen die richter sowas auf genau du das dann tust du uns allen eingefallen verdammt das einsatz ziel ist weg das 1 2 2 2 2 3 2 2 mich drehe mich um wettgemässert ok hoppala wo ist ein Sniper andere Seite andere Seite also anderes Gebäude wo ich bin tot sofort der gibt jedem Headshot oder was da ist noch einer sind zwei ich hab nen Tank ich werd geblendet ah dann komm mal zu D den hab ich ah ich seh ganz viel Rot ah was die können kann ich auch hm ah super von hinten von vorne von überall wo bist du tot oder kann ich nur nicht bei dir ist so ich fahre gerade mit dem Tank der voll ist wie voll also sitzt ein anderer Typ drin und werf raus ist hier eine ne 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 ihr nehmt A nicht ein ich auch ich hab nur Becher getötet ja ja das ist sehr cool ah ich bin hinter dir ja der B da fahr ich mal zu E zu E zu E zu E ja oh wieso gibt es diese Minen vor allem dann sieht man die nicht ne ich guck die ganze Zeit auf den Boden da ist nix da muss das sein ich weiß ich bin auch kein Kämpfer sein aber ich wollte nur warten bis du wieder da bist ich bin ich bring dich wieder auf die Beine Achtung in eurem Einsatzgetriebe hatten wir ihn eliminiert ich geh in das Haus da war ich geh zu E ich versuch dich ein bisschen zu decken viel von dem Haus ist nicht mehr übrig ja ich kann dich gar nicht decken weil ganz viel rauf und ganz viel brennen und du bist selber dran schuld ich würde mir auch noch ein paar Punkte oh links ist einer direkt bei E das sind jetzt viele genau ist einer ist tot ah gut so gut ha 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 Achtung das Ziel ist neutralisiert wo bist du? ach du bist im Auto ja ich komme kannst du fahren? ja dann fahr ja zu F wieso war das klar? weil diese dummen Ateminen sind ich nehme jetzt auch mal Ateminen mit da ich kein Bock mehr drauf diese kleinen auf der Karte kann man sich nicht mit Autos fortbewegen äh gut A wird wieder eingenommen Ateminen mein Punkt Piss weg oh ich werde geblendet vor wie schlecht habe ich den geschossen das denn auch lebt er steht in dem Haus drin welchen Punkt warst du? ja bei EA das ist äh andere Seite wie steht es denn für mich? oh ganz gut wir haben meinen freundlichen MG schon besorgen den höre ich nicht den höre ich nicht ah steht hier einfach mal so ein Tank rum ey ich habe doch gerade A erst eingenommen hallo noch irgendjemand ein Schuss von das Moth? was ist das denn? vielleicht warst du schon angefickt nein ich hatte 100% und da gibt mir einen Schuss was? auf dem Tank oder? das ist ja ein mieser Lack Achtung ich komme runter zu dir Aua ich bin tot ähm wo ist der? kommt von Richtung A hinten jetzt in einem Haus jetzt wieder aus du stehst da nicht sicher ich weiß ich wollte aber das in Hamburg treffen gegen einen von mir aus aber nicht gegen zwei hoffentlich hört man mich in der Aufnahme besser ja Boah was ist das denn für ein Scheißer ich bin ein kleiner MG-Mahner und ich stehe da rum und schiebt wir alle die Düten aber ich werde abgeschüttet da ist noch 26 17 ich bin schlechter als der über mich über mir geht das denn hier ist hin auf hell wo denn wo bist du denn? jetzt hinter dir war ich runtergefallen an der Opa sind ganz viele überall ja Richtung D hin ich weiß gar nicht wo ich hinlaufen soll ich weiß ja auch nicht immer mit gebrauchen versucht sich immer zu sma ja und so und von C aus auch von C die Karte und wo ist in der Ich snipe jetzt. Ich hab keine Lust mehr. Kriegst du hier gut. Hinter uns. Ich geh jetzt auch snipen. Ich stell hier unten bei C den Spawn-Belkin und geh dann auf das Haus. Wie der einen von uns Messer hat. Unfair. Spawn einfach mal bei mir im Boot. Oh, jetzt fahr ich das Boot nicht mal. Hammer. Wir steigen gleich aus. Hier. Und zwar... Lass mich. Jetzt. Oh, fuck. Ich bin die falsche Klasse. Warum hier? Dann stellen wir... Ich hab kein Spawn-Belkin dabei. Ich dachte, du bist ein Euro. Aber... Dieser hat auch noch einen dabei. Wohin. Kann man gegen ihn was ersetzen? Dann setzt ihn hier hin. Hier, wo ich stehe. Ich hab aber keinen Bewegungsmelder. Deswegen... Das war noch von unserer letzten... Tour... Hab ich noch die... Äh... Sofla. Genau. Sofla. Das ist so. Ich würde gern zu G hoch. G. 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 Da kann ich kurz sein. Da fällt gerade eine runter. Warte mal. Da oben schreibt jemand. Von hinten steht uns auch jemand. Oh, fuck. Jetzt hab ich natürlich die RPG. Ich bin tot. Der ist bei C. Hinter einem Holzzaum. Mehr sehe ich nicht. Ah, der ist da hinten beim Haus direkt. Aber ich kümmere mich erstmal um einen anderen, den ich hier auch gesehen habe. Ja, da, 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 da war der. Genau da. Okay. Ach, hier, ich hab ne Spawnback oben aufgesetzt. Aufgestellt. Ja. Ja, der war schneller. Ich hab auch das falsche was hier drauf. Zu großes. 7, 12, 7, Laserpointer, Laserpointer. Ich komm wieder zu dir. Ähm. Noch einer weg. Ja, das war klar. Wo bist denn du? Und noch einer weg. Ja, ich... Oben auf dem Haus. Falsch hier. Noch höher. Nein, abbremsen. Okay. Wir werden geschossen. Ah, das war ja... Ja, ich hasse diesen Vipo. Egal, mein Spawnback steht noch. Jetzt nicht mehr. Warte ich. Wenn du gelandet bist, war ich einfach bei dir. Dann muss ich auch nicht... Nicht auch nochmal. Oh fuck, ich werde es nicht schaffen, auf das Haus zu kommen. Gut, ich hab gefehlt. Ich wiederhole, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Das war nicht bei C und G zu D. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Das ist ziemlich, ziemlich lange. Ich weiß nicht. Also länger als 15 Minuten, auf jeden Fall. Ja, und wir verkacken gerade. Aber wir sind gut. Wir verkacken gut. Bei G sind ganz viele. Ja, wie? Ist der tot? Steck nicht hin, das ist ein Achtung. Ska-Hor. Links. Höher. Ja, genau. Nein, rechts. Ja. Die... Nur noch drei von uns sind. Oh, es sind viel zu viele. Das waren drei Stück. Und wir haben verloren. Gut. Schade. Das war das erste Mal Battlefield 3 und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.